Mirkonon-Chef ist Märchenman. Oh Mann, hab ich ein paar Schenkel an die Loben. Der Robin und sein Kruso, die tranken gerne Uso. Am Freitag kommt dazu so, der dicke Herr Caruso. Na, was steht denn hier drin? Enten hackten Oma zu Tode. Na nu, wohl Knäckebrot gefüttert, wat? Na, Frankie, den ich kleines, frischbezogenes Plüsch so vernen darf? Wat willst du? Den Namen eines vegetarischen Karate-Kämpfers mit sechs Buchstaben? Ist doch einfach. Müsli! Danke. Ach Gottl, ich muss ja mit dem Herzblatthutschrauber zur Abtreibungsklinik nach Bagdad. Na gut, so, jetzt tausche ich noch vier Byzantiner Königsfrosche gegen den seltenen Dokumentarfilm Enten von unten. Und nicht vergessen, ihr könnt mir natürlich sehr schöne Fotos von euch schicken für den Wettbewerb Pickel95. Bis denn, euer Märchenman. Wettbewerb Pickel95. Wettbewerb Pickel95. Wettbewerb Pickel95. Wettbewerb Pickel95. Wettbewerb Pickel95. Wettbewerb Pickel95. Vielen Dank.